Also ich finde es ja hier... Achso, Dave ist schon weg, ok. Weil er gemeint hat wegen Schleichen im Vergleich zu Alien. Bei 3rd Person ist das Schleich nicht so schlimm wie bei 1st Person. Naja, kochen tue ich erstmal eh nicht. Ich musste die ganze Zeit schreiben, den ganzen Tag schreiben. Achso, Kartoffeln schälen. Also Kapitel 1 steht jetzt gar nicht da. Also Kapitel 2 waren die Überreste. Kapitel 3 war die Klauen der Horde vor so Horde. Und Kapitel 4 kommt dann jetzt der Patient. Patient. Oder Produkt am Start war Kartoffeln selbst gemacht oder Tüte auf und Go. Nächste Woche wird alles praktisch gemacht. Ah, ok. Ja, wird schon bestimmt, dann kannst du uns mal so paar Gerichte hier zubereiten. Und jetzt kommt die Klauen. Also kommt die Klauen. Na, wenn es das Klauen fehlt, dann kommt die Klauen. okay, ne du? Oh, nicht nur. Puh, ich hab mich wie hier. mach, du hindereizierung. und das Klauen nicht doch... Das war nicht. Oder? Was denn hier? Ja, ich hab mich hier... Ich habe mir diese Öffentlichen nicht, Na gut, meine Freunde, dann werde ich auf jeden Fall auch bei Facebook posten, wenn es dann weitergeht. Ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen und schauen, dass meine Schmerztabletten wirken. Wenn die nicht reichen, nehme ich noch ein paar. Hoffe ich, dass ich irgendwann einpennen und dann geht es dann einfach direkt hier weiter. Wann bist du denn ungefähr da, Lokiko? Was hast du denn gedacht? Musst du morgen Nachmittag arbeiten oder so? Du hast keine Ahnung, dass du eine Ahnung an Berufsschule ich werde für den Beruf vorbereitet. Achso, bist du nicht in einem Unternehmen drin und klärst das alles? Naja, ich poste auch bei Twitter, wenn es weitergeht hier. Also ich poste... Achso, du hast frei, okay. Achso, Dave, was ich noch sagen wollte. Ich finde das bei Alien ist doch ein First Person, gell? Bei Third Person finde ich das mit einem Schleichen nicht ganz so schlimm mehr, da man mehr Übersicht hat. Nur jetzt mit dem 16 zu 9 oder mit dem 21 zu 10 finde ich es etwas komisch. Ich poste zu einer Art Berufungsverwaltungsjahr, dafür bekommen ich Kohle 2,16. Wie, du bekommst nur 2,16 oder wie? Wie meinst du das? Mach' ich mal hier so ein, ja, 338 schon lächerlich für drei Kapitel, aber macht doch nichts. Wir haben ja Zeit, Gags liebt ja viel und lange. Musst du ja auch noch morgen wegen den Giveaways vorbereiten, musst du es ja holen, muss mir dann die Kohle mehr oder weniger anschaffen gehen noch, ist ja noch, ist ja hier dran. Der ist momentan deaktiviert, ist ja eh Streamende. Können wir morgen machen im Laufe der Streams wieder. Habe ich schon, also ist eigentlich jetzt schon Ende, deswegen habe ich ihn deaktiviert. Normalerweise geht der. Wir hatten auch, während wir, während wir hier Forza gespielt haben, haben wir immer Drag Race angehabt, da kann man auch Punkte machen. Kann man auch so Drag Race wetten. Mit den Points. Na gut. Ja, dann erholt euch schön, schlaft schön, träumt süß und dann geht es einfach nachher weiter. Ihr seht es ja, ihr habt mich alle auf Follower außer Dave manchmal nicht. Jetzt, wie man es weitergeht. So not poste ich ja überall. Dann schlaft schön, träumt süß und Piss später, Mädels und Jungs. Als ob hier irgendwelche Mädels zuschauen würden. Das ist ja hier. So was gibt es ja gar nicht. Also, Servus, Pfiert euch und macht's gut. Gags over and out. Verdient. See you later, guys. Thanks for watching. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020